Es gibt Gefühle, da sagen wir, die sind negativ. Zum Beispiel Wut, Traurigkeit oder Angst. Und wenn ich dieser Meinung bin, dass diese Gefühle negativ sind, dann will ich sie nicht haben, dann drücke ich sie weg, dann drücke ich sie uns unbewusst. Das Dumme ist nur, Gefühle gehen nicht weg, wenn wir aufhören sie zu fühlen oder wenn wir uns taub machen, sondern die sind immer noch da und sind dann aber einfach unbewusst und kommen dann unbewusst entweder zu Tage oder ich bin emotional dann auch leicht zu manipulieren, weil auf der unbewussten Ebene diese Gefühle da sind, auch wenn ich sie vielleicht selber nicht fühle. Sollte Sollte Vielen Dank.